Musik Heyo Leute, was geht? Euer iPlay PS4 wieder hier. Heute zeige ich euch mal einen Glitch, wie ihr die Duffelback Tasche bekommen könnt. Das geht nur bei den Next Gen, also PS4, Xbox One und PC natürlich. Und der Glitch, der klappt immer, also ist super easy. Und ja, das werde ich euch halt jetzt zeigen, wie der geht. Und zwar, ihr müsst erstmal die Felca Mission starten, beziehungsweise hosten oder euer Kollege. Und ihr müsst halt Outfit auf gespeichert setzen. Und dann muss euer Kollege oder ihr selber festsetzen, dass ihr Bohrer seid oder euer Kollege. Ganz egal, wer den Glitch ausführen möchte. Hauptsache, ihr seid halt Bohrer oder euer Kollege. So, dass ihr halt die Heißtasche bekommt. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr halt direkt im Inventar, Accessoires und dann ganz unten auf Motorradhelm anzeigen und klickt dreimal X. Genauso wie bei den Flugzeughelmen auch. Und dann geht ihr halt übers Handy aus der Mission raus. Und ja, dann kommt halt ein langer Lada-Scream. Ich bin leider aus der Sitzung geflogen. Also bei mir ist halt eine Zeitüberschreitung gewesen oder was auch immer, irgendwie ein anderer Fehler. Und deswegen dauert das jetzt halt ein bisschen so lange. Und ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall machbar. Ja, es klappt immer. Also auch wenn ihr rausfliegt, ihr habt eine hundertprozentige Chance, die Heißtasche zu bekommen. Also ist auch ganz egal wirklich, ob ihr rausfliegt oder auch in der Sitzung drinne bleibt oder direkt in der Lobby reingeht. Und ich hab jetzt halt so gemacht, dass ich in dem Story oder in dem Prolog war und direkt dann eine eigene Sitzung aufgemacht habe. Ich hab halt gedacht, dass der Glitch direkt kaputt ist. Aber wie man jetzt halt gleich sieht, hab ich die Heißtasche immer noch auf dem Rücken. Also ist total nice. Und ja, ihr könnt jetzt den Glitch oder beziehungsweise das Outfit, was ihr anhabt, mit der Heißtasche natürlich abspeichern. Begibt ihr euch einfach zu dem Bekleidungsgeschäft. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann mich gerne abonnieren. Das ist wie immer kostenlos. Und ja, bis dann, Leute. Haut da rein. Ciao. Ciao.